Und herzlich willkommen zu Rise Son of the Roman Part Nummer 7. Wir sollen den König und die Königin, auf jeden Fall den König in einen Stave Modus entführen. Entführen, sagen wir mal entführen. So mal hier. Boah. Ähm, ok. Was? Da war da was. Da war da was. Nur wie wir Sehenswürdigkeit vorher geschaut hat. Ihr habt gehört, was Brudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen, wir bleiben wachsam. Wir haben zahllose Sichtungen von Römern in diesem Gebiet. Sie haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört. Irgendwas. Schlagt Alarm. Noch Fragen? Wie spät ist es? Halt die Schnauze, Keenen. Du nimmst den westlichen Pfad. Kontrolliere die Fallen. Die Nägel müssen bei der kleinsten Bewegung lossausen. Verstanden. Alistair, du bleibst bei mir. Die Späher berichten von einem römischen Tropf in der Nähe. Wohl auf dem Weg zum Aquädukt. Aber sie werden nie da ankommen, nicht wahr? Richtig. Was haben wir denn da? Haben uns wohl verirrt, was? Ich will doch mich töten, meine Freunde. Höähöhöhöhöh! Ich würde dich töten mein Freund! Nur weil du so eine Kriterische Schnauzer hast! Mann! Geh kaputt! Nächsten Rang! Du sagst es mein Freund! Ich weiß aber nicht wo ich lang muss. Hier kann ich nicht herüber. Seh ich einen? Was ist das denn für ein Weg? Hier müssen wir wahrscheinlich lang. Scheiße, ich sehe den Timer nicht. Den Timer nicht. Ja gut, dann machen wir bis vier nach neun. Wird das wahrscheinlich nochmal gucken. Scheiße Mann! Wow! Wow! Wir rennen hier noch so. Ach du Scheiße! Was ist denn hier passiert? Zeh autos um es geht Wir runnen hier das wieder. Ihr geht doch. zu lang vor wir denn ok ich wollte eigentlich viel nötiger machen aber hat nicht geklappt gut und zweit wow ich finde eine sichere Stelle für den Fluss für überqueren ich bin halt der mächtigste ich würde sie haben boah scheiß feuchte Tasse gut geht einfach ab ach so wenn der rote kann ich ja nicht ausweichen nein ich wollte gerade kreisdrücken oh man mann so scheiße ich kann doch nicht schleichen oder so ne du bist auch bald Patrouille weil du ein Depp bist wir haben einen ein Centurio ja 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 Verbrünneter, abgemurkset wird von mir, die kranken Bastarde. Wow, 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 wow. Ich muss den erstmal ausschalten, weil der ist irgendwie gefährlich. Das kannst du besser. Kann ich auch. Sind wir noch mehr? Ach, nö. Jetzt kommen wir auf wieder Schild, Torbomb. Und ich muss dran denken, dass ich im nächsten Part den Timer ein bisschen nach rechts ziehe. Ich hab das auch ganz schön gedacht. Es reicht. Tut mir leid, mein Freund. Jetzt bist du dran. Ey, die haben hier alle Aufwärmung. Frag mich aber, wenn, können die meine Verteidigung durchbrechen? Also mit den Standardattacken. Ganz interessant zu rissen. Das gefällt dir, ne? Deswegen BIRST MODELS! Ich kenn den BIRST MODELS. Ich mach die Verteidigung alleine! Mal sehen, wie sie an dem... Hallo, Römer! Hallo! Ich brauch keine Legion für euch! Aber... Tut mir lacht! Ich muss sterben! Und jetzt bist du dran, Bitch! Da hat einer der Horn geblasen! Das hab ich gehört! Oh shit! Und dann! Und... Aber ich muss euch... Enttäuschen! Danke! 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 Soll ich spart der Kick! Ja! Lauf weg! So lange du noch kannst! Aua! Bei den Netzen muss ich mich heilen. Ah, scheiße! Andere. Lande, halt hier! Gnadenstoß! Hier sind mehr von denen als erwartet. Ich mach mich besser auf zum Aqueduct. Äh, dahin. Dahin. ich hoffe ich gehe hier richtig überklare den Fluch es wird immer ganz gemütlich so ein paar Minuten haben wir noch was wir noch hier reißen können oh hier ist ein ganzes Lager da ist noch die Frau was ist denn what the fuck ihr miesen Schweine das sind doch alter ist ja heftig na was soll ich noch anders damit machen wow ich bin der mächtige maori oder wie er heißt hab ich schon vergessen marius 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 da sollten doch welche aus der straße gehen wo sind die das ist meine Verstärkung oh 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 ist doch ein Witz und die die wo ist die die können. Ach da oben ist auch einer. Zwei. Da ist doch alles. Boah mann. Ich werde das sehen, mein Freund. Ich muss aus. Okay. Wow. Okay, der will nicht, dass ich nochmal. Dann ja. Warum ist er ein Römer gewesen? Wann komme ich da hoch? Ah, ich habe es verstanden. Ja, okay. Alles klar. Interessanter, dass er noch sein Schild hält, während er da hoch geht. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Guck mal, wie ich sagen. Die sind nicht tot. Boah, die sind wirklich... Der Weg ist frei. Vorrücken. Ach du Scheiße. Verteil nicht den Aufzug. Lass sie nicht hoch. Er soll bluten. Oh, da. Das reicht. Oh! Oh, da! Da, 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 da! Noch ein Aufzug. So, aber ich würde mal sagen, das war Band Nummer 7 von Rise, Son of Rome. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.